Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich habe mir mein Leben echt auch leichter vorgestellt, aber ich muss hier wieder Leute verprügeln lassen. Spiegel am Mythos von Weiberfingen. Und ist dann? Ja, und ist dann laut Aussage direkt nach Hause gefahren, wo er gegen 3.05 Uhr ankam. Richtig? Richtig. Ja? Ich wusste es doch. Ich fahre. Sag mir, dass du nicht mit mir geschlafen hast. Was soll denn das jetzt? Du weißt doch, dass wir nur gefreundet sind. Ja, mich fickst du ja nicht mehr richtig. Wenn wir vielleicht ein paar Wochen mal sind, wenn ich Glück habe. Ich reiße mir von früh bis spät den Arsch dafür auf, dass wir uns irgendwann ein besseres Leben leisten können. Und das hörst du mir vor. Ich wollte einfach, dass wir heute mal einen schönen Tag miteinander haben. Aber den haben wir doch jetzt auch. Ja, aber ohne, dass irgendwas ist. Aber dann mach doch nicht alles kaputt wegen so einer Labalie. Lass uns halt einfach da weiter machen, wo wir aufgehört haben, okay?